Ja, das hier ist schon eine Nummer größer als die Staatskanzlei in Hannover. Jedes Wort muss hier absolut auf die Goldwaage gelegt werden. Wirtschaftsboss aus Niedersachsen finanziert Wolfhausen Burgwedel. Sie haben Gelegenheit, die Fragen bis morgen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu beantworten. Das klingt, als müsste man uns rechtfertigen. Für was eigentlich? Ruf an, versuch das zu stoppen. Die Redaktion entscheidet völlig unabhängig. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Abend, Herr Bundespräsident. Gerade kam noch eine Anfrage. Hat der Bundespräsident Gerkens in seiner Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen mit auf Dienstreisen ins Ausland genommen? Wenn ja, wie oft und in welcher Funktion? Das Problem ist die Kommunikation. Wir sind von Anfang an nie rechtzeitig über private Aktivitäten informiert worden. Herr Wulff, treten Sie nur aus Angst vor Mittellosigkeit nicht zurück? Wenn das einer rausfindet, dann wohl Sie. Ich darf Sie bitten, Ihr Herz für Italien zu öffnen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass sich hier irgendjemand für Ihre Italienreise interessiert. Ich weiß, dass Sie mich nicht wegen Italien begleiten, wobei das sehr schade ist, denn die deutsch-italienischen Beziehungen spielen gerade zu Zeiten der Krise eine überragende Bedeutung für uns. Was werden Sie tun, wenn die Staatsanwaltschaft in Hannover ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einleitet? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Vor juristischen Fragen hatte ich noch nie Angst. Wissen Sie noch, in welchen Scheinen Sie, Herrn Gronewold, das Hotelzimmer auf Sylt bezahlt haben? So, wir machen jetzt Schluss. Wen interessiert schon, wie es wirklich war? Guten Abend, Herr Diekmann. Ich rufe Sie aus Kuwait an. Ich rufe Sie aus Kuwait an.